CD Austria 2 2011. Seit 3. Januar im Fachhandel. Die neue CD Austria ist da. PDF-Experte 6 Professional. PDF-Dateien erstellen, editieren und konvertieren. Durchblick im Komponenten-Dschungel. So finden Sie sicher die passende Hardware für Ihren Bedarf. iOS 4.2. Alle neuen Features des brandneuen Apple-Betriebssystems im Überblick. Das bringt 2011. Ein kleiner Ausblick in das kommende Jahr. Tuning-Tools im Vergleich. Zwölf Tuning-Tools, die Ihren PC einheizen und diesen wieder auf Vordermann bringen. Vollversionen. Meinheim 3D Vol. 3. Planen Sie Ihre Traumwohnung oder Haus und richten Sie es nach Ihren Wünschen mit 2600 Gegenständen ein. Kreuzworträtsel 2011. Erstellen Sie Ihre eigenen Kreuzworträtsel und lösen Sie die Rätsel von Fremden. PC-Check & Tuning. Steigert spürbar die Leistung Ihres PCs. Snip-Klick 3. Bilder mit einem Klick bearbeiten. Weitere Vollversionen. Ein spannendes Casual-Game für zwischendurch. Internet Accelerator beschleunigt jede Internetverbindung. Und WinOptimizer verpasst Ihrem PC mit einer Einklick-Optimierung einen Leistungsschub. Das bringt 2011. Anstatt eines Jahresrückblicks erhalten Sie von uns einen exklusiven Ausblick auf das Jahr 2011. Kinect für den PC. Kaum war die Kinect für die Xbox 360 erhältlich, fingen Hobbyentwickler rund um den Globus an, das Gerät auch auf weitere Verwendungszwecke hin zu untersuchen. Welche Möglichkeiten diese Tüftler bis jetzt erreicht haben, können Sie hier nachlesen. Der 3D-Flop. Das Heimkino mit 3D-Funktion. Vor einiger Zeit wurde geschwärmt davon, doch die Technik ist nach wie vor ganz selten vertreten. Was ist passiert? Durchblick im Komponenten-Dschungel. Verschaffen Sie sich eine Übersicht über momentan aktuelle Prozessoren, Arbeitsspeicher und Mainboards, die in Ihrer Preisklasse liegen. Tuning-Tools im Vergleich. Am Markt gibt es verschiedene Tuning-Tools von verschiedenen Herstellern, sowohl kostenpflichtig als auch gratis. Wir haben diese für Sie getestet und zusammengefasst. OnLive. Sind die High-End-Rechner-Beltgeschichte oder werden diese nach wie vor vertreten sein? OnLive bietet die perfekte Alternative zu den sündteuren PCs. Doch was taugt die neuartige Konsole wirklich? Das alles und vieles mehr gibt's in der neuen CD Austria, seit 3. Januar im Fachhandel.